Sie ist hier irgendwo Leute, das ist Mowgli, ganz sicher Passt gut auf, okay? Okay Leute, dieses Mowgli-Mädchen lebt im Wald Wenn wir sie nur fangen könnten Wir werden sie fangen, wir gewinnen immer Leute, ich glaub nicht, dass wir diesmal gewinnen Okay, gehen wir, ich hab uns ein paar Snacks mitgebracht Lasst uns doch die Türen schließen, okay? Okay, alle ab ins Auto Leute, wisst ihr eigentlich, wie ernst das Ganze hier überhaupt ist? Also Leute, wir müssen diesen Fall sehr ernst nehmen Denn wenn wir sie fangen, werden wir ganz, ganz reich, okay? Versteht ihr das? Oh mein Gott! Ja natürlich, Leute, ernsthaft Wenn wir dieses Mowgli-Mädchen fangen und ins Museum bringen Bekommen wir eine Millionen Dollar für sie Wow Hey, jetzt hört auf zu staunen und kommt endlich zur Sache, okay? Okay, super, habt ihr die Falle dabei? Ja Okay, gut gemacht, leg sie ins Auto Also, Dima, hast du Obst, Gemüse und Wasser mitgenommen? Klar, hier ist es Also, worauf wartest du noch? Leg sie in den Wagen Ja, wir machen uns auf die Suche nach dem Mowgli-Mädchen Ich kann schon sehen, wie ich als Millionär leben werde Das ist eine schlechte Idee, das brauch ich nicht Im Wald rumrennen und Mowgli-Mädchen fangen, ey Also, ihr seid alle großartig Haben wir alles im Auto verstaut? Ja, auf geht's Los geht's! Los geht's! Also Leute, es ist hier Okay, stellen wir jetzt die Falle auf Beeilt euch, bevor es dunkel wird, okay, los Kommt schon, beeilt euch, los, 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 hier Hier, 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 wo denn? Na, hier, hier, hier Okay, Leute, jetzt helft mir, diese Falle aufzuhängen Und noch etwas Wir haben einen Orientierungspunkt Blutrote Bären, also, los So, du und du, ihr geht diese Bäre suchen, okay? Diana, komm schon, lass mich versuchen, sie zu werfen Okay, 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 alles klar, okay, alles klar, okay, komm, wir sind sie, eins, zwei, drei Okay, komm, 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 schon, schneller, schneller, schneller Okay Na los Nat, hast du das gehört? Ja, jetzt kann ich's hören Ja, blutrote Bären Ja, hier sind sie, da sind sie Leute, Leute, wir haben sie irgendwie gefunden Das ist es, komm schon, komm schon, nach hier, okay Okay, alles klar Leute Hast du den Verstand verloren, das ist eine Wildpflanze, du bist selbst zu Mowgli Was? Okay, ich hab alles vorbereitet, erledigt Jetzt frage ich mich, wie dieses Mowgli-Mädchen hier plötzlich gefangen sein wird Leila, meine Güte, siehst du das nicht, sieh mal Wir erschrecken sie von hier aus, dann fällt sie ins Netz und schauen, bis sie gefangen, okay? Eine Million Dollar in meine Tasche Ach so, genau, in deine Also, Kitty, Nat, hat ihr die blutroten Bären gefunden? Ja, natürlich, hier sind sie Klasse, alles klar, Leute, leise Ich spüre, dass ihr uns schon von irgendwoher beobachtet Kommt schon Tiana Was ist? Ich hab kein Obst mitgenommen und ich bin schon hungrig Oh je, Dima, dafür ist jetzt keine Zeit Okay, lass uns einen Happen essen, aber wir müssen ganz genau hinsehen, okay? Wir dürfen das Mowgli-Mädchen nicht verpassen Dima, bitte beeil dich einfach, okay? Sonst wird's mal dunkel und wir haben keine Chance, mehr das Mowgli-Mädchen zu erwischen Komm schon Alles klar, los, 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 los Also, ich nehm Granatafeln, Orange und Banane Nat, ist das nicht zu viel für dich? Leute, kommt schon, habt ihr das letzte Jahr gehungert? Okay, wir müssen diese Million haben, okay? Also, wenn ihr sie habt, könnt ihr euch Bananen, Orange und Grapefoods, was auch immer, kaufen davon Aber jetzt ist es unsere Aufgabe, das Mowgli-Mädchen zu fangen, ist das klar? Sie ist hier irgendwo Leute, das ist eindeutig Mowgli Passt ganz gut auf, okay? Ah, dieses Geräusch kam von dort Gehen wir hin Das ist Mowgli, jetzt fangen wir sie Auf geht's Okay, Leute, wir müssen sie erschrecken, damit sie in unsere Valle tappt, okay? Wir müssen ganz, ganz laut schreien, okay? Alle zusammen, okay? Eins, zwei, drei Ah! Oh, was ist das? Das ist Mowgli! Worauf warten wir noch? Schnappen wir sie uns! Ja, jetzt fangen wir sie ein! Los! Hörst du, Mowgli, pass auf! Sie hat unsere Verte angeschaut! Schnappen wir euch! Wir müssen schnell laufen, komm! Ich kann nicht mehr, sie ist so schnell! Bleib stehen! Sie ist weggelaufen! Ja, das haben wir gesehen! Sie ist sehr schnell! Und warum hast du sie nicht einholen, Dima? Unsere Million ist weggelaufen! Du hast unsere Bananen mitgenommen! Ja, was ein Reinfall! Wir müssen sie finden! Und Leute, wir werden sie wahrscheinlich nicht einholen! Habt ihr gesehen, wie schnell sie war? Und dass sie an den Ästen entlang gehangelt ist, oder? Ja, aber Leute, wir müssen sie fangen! Ich sagte doch, das ist eine schlechte Idee! Wir werden sie nicht fangen! Ich stelle mir zu! Wir müssen uns irgendwie besser vorbereiten! Wir können sie nicht mit bloßen Händen fangen! Selbst unsere Falle hat nicht funktioniert! Also Leute, lasst uns nach Hause! Ja, lasst uns nach Hause! Es ist okay, wir werden uns vorbereiten! Wir werden viele Fallen bauen, eine Menge Kühler mitnehmen und morgen werden wir hier zurückkommen und sie fangen! Ja, los, los, los! Lasst uns gehen! Hey! Na klar, das ist alles Dimas Schuld! Nein, das sind die Dimas Schuld! Doch, es war alles wegen Dima! Wisst ihr, was das Problem war, Mädels? Wisst ihr, warum? Dima hat uns überhaupt nicht geholfen! Was reden wir da? Ich sei doch selbst langsam gelaufen! Wir sind langsam gelaufen! Was ist das? Hast du den Verstand verloren? Wir sind nicht langsam gelaufen! Du hast uns überhaupt nicht geholfen, Dima! Wirklich, Mädels? Ich hab mein Bestes gegeben, okay? Was du nicht sagst, natürlich! Ich konnte die uns einfach nur empfinden! Ich sage immer, dass Dima schuld ist! Dima, du bist immer noch schuld! Okay, wir müssen zurückkommen und März Fallen bauen und zwar zuverlässigere, okay? Denn die wollte sie gar nicht rein! Sie hat die Falle überhaupt noch nicht mal gesehen! Ja, ja, stimmt! Eine bessere, irgendwie! Hier, Dima, stell sie irgendwo hin, okay? Komm schon, mach irgendwas! Seht euch an, wie langsam er läuft! Mann, er kriegt Mowgli einfach nicht zu fassen! Das war's! Jetzt hätten wir einfach die Millionen! Mann, wir konnten wir das nur zulassen, Mann! Ich verstehe es nicht! Warum hast du sie nicht gefangen? Du bist ein Fußballspieler! Ach so, ein Fußballer! Okay, komm, mach das Tor zu! Los! Okay, das war's! Wir müssen uns für morgen vorbereiten! Ja, ja, ja! Ja, morgen Abend gehen wir auf die Jagd, okay? Ich stelle die Fallen auf! Ja, großartig! Wir müssen sie fangen! Und wir müssen uns neue Fallen einfallen lassen! Sie tappt also in unsere Falle, okay? Okay! Wie konnten wir die nur entgehen lassen? Ja, stimmt! Wie nur? Mann! Das war's! Wir mussten... Wie konnte das nur passieren? Jetzt will ich sogar mehr! Ich werde uns nicht einschlafen können! Wo ist sie mit uns an Bananen hingegangen? Ich weiß es auch nicht, wohin sie gegangen ist! Okay, Mädels, habt ihr noch andere Ideen für irgendwelche Fallen? Ich weiß es nicht! Wir brauchen ein paar gute Fallen! Hört mal, ich hab ne Idee! Was ist, wenn sie gerne etwas Süßes trinkt? Vielleicht kaufen wir ihr Coca-Cola und lassen es dort stehen! Und wenn sie darauf anspringt, werfen wir das Netz über sie und fangen sie! Wir brauchen ein neues Leckerli für sie, denn sie wird bestimmt nicht in die gleiche Falle nochmal tappen! Und zwar eine Menge davon! Dann müssen wir viele Dinge davon kaufen! Ja! Leute, können wir sie nicht vielleicht auf ne freundliche Art ködern? Ja, das ist ne gute Idee! Wie sollen wir sie freundlich ködern? Habt ihr gesehen, was ne wilde sie ist? Nun, ich denk nichts freundliches wird funktionieren! Okay, Leute, wir brauchen einen neuen Plan und einen sehr guten Kampfgeist! Also, wir haben keine Angst vor Mowgli! Ja, wir haben keine Angst! Wir werden diese Mowgli fangen! Ja, wir haben keine Angst vor Mowgli! 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 Ja, das ist gut! Oh mein Gott, oh mein Gott! Sie kam ja auch zu nichts! Hast du das gesehen? Wir müssen sie ja weg! Was denn? Weglaufen! Wir müssen sie fangen! Nein, nein, ohne mich! Ich hau ab! Wie ist sie hergekommen? Dima! Sollen wir rehen? Okay, Leute, bitte beeilt euch mit euren Likes und Abos für meinen Kanal! Meine Freunde und ich werden versuchen, diese Smowgli-Milchchen zu fangen! doch viel combines her! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!